Wie ist das verstanden? Genau. Da haben wir noch ausreichende Maßnahmen. Das ist alles weiter. Sagen wir... Ich glaube, man kann im Thema Feinstaub noch viel mehr machen, als es derzeit der Fall ist. Ich höre von vielen Leuten, dass sie das schon sehr merken, den Feinstaub in Graz. Viele Asthmafälle, die es auch gibt. Anscheinend sinkt auch die Lebenserwartung in Graz durch den Feinstaub ein wenig. Und da müssen wir viel mehr machen. Ich verstehe zum Beispiel schon mal nicht, warum es kein Kaminverbot in Graz gibt, warum man da weiter Asche aus dem Kamin heizen darf in die Stadt. Und man müsste auch bei den Ölheizungen endlich angreifen und verpflichtende Katalysatoren bei Ölheizungen machen, um den Feinstaub in der Stadt zu vermindern.